Apple hat gerade das neue MacBook vorgestellt. Nicht das neue MacBook Air, sondern das neue MacBook. Das ist allerdings leichter als ein MacBook Air. Es handelt sich dabei um dieses Gerät hier. Das wiegt 907 Gramm, also 2 Pounds wurde in der Keynote gesagt. 907 Gramm und es ist wirklich, es ist super schön. Das gibt es in Space Grau, in Silber und in Gold. Das hier ist die goldene Farbe, so sieht das also aus. Und man sieht schon, selbst wenn ich das zuklappe, an der dünnsten Stelle, es ist super, super dünn. Wie gesagt, goldene Farbe jetzt hier in dem Licht, sieht das ein bisschen aus wie Silber. Das ist es aber gar nicht, sondern es ist tatsächlich Gold. So, auch neu ist diese Tastatur, die Apple gezeigt hat. Das ist eine neuartige Tastatur mit einer Butterfly-Technologie. Das heißt, man kann wesentlich angenehmer tippen und egal wo ich die Taste treffe, ich habe immer den gleichen Druckpunkt da drauf. Das ist auch neu, genauso wie dieses Trackpad hier. Das unterstützt also jetzt auch Force Touch. Das heißt, ich müsste eigentlich in den Systemeinstellungen sehen können, dass das als neue Geste hinzugefügt worden ist. Und das ist es auch. Hier unten ist der Force Click and Haptic Feedback. Das heißt, ich kann bestimmte Gesten dadurch auslösen, dass ich etwas kräftiger auf das Touchpad drücke. Ziemlich coole Nummer, weil man dadurch eine sehr einfache neue Geste hinzugefügt hat, die es vorher in der Form noch nicht gab. Und ansonsten gibt es jetzt hier USB-C, einen Anschluss auf der Seite und ein ganzes Set von Adaptern, die man benutzen kann, um das zu erweitern. Genauso wie jetzt hier auf der anderen Seite noch ein Headphone-Anschluss und Mikrofone. Das war es auch schon. Das Ganze ist total auf Mobilität ausgelegt. Das heißt, ich bekomme eine wahnsinnig lange Akkulaufzeit mit dem Teil. Muss es nicht mehr aufladen. Das heißt, Single Charge für einen Tag und dann erst wieder an die Steckdose. Man kann wirklich sagen, das ist ein gelungenes neues MacBook. Das heißt, das ist ein gelungenes neues MacBook.